Hallihallo, ich bin der Christoph Hammel, Familienwinzer aus der Pfalz und ich habe euch heute mitgebracht einen Wein, der mir sehr am Herzen liegt. Müller-Thurgau mag der Name auch noch so spießig klingen. In the mood von Müller, Leute, Müller-Thurgau, 140 Jahre, Traditionsrebsorte. Unser Luganer eigentlich, unheimlich charmant, saftig, fruchtig, zugänglich. Sensationell, übrigens ein Wein, der einen tollen Bogen spannt von klassischen mediterranen Speisen, Antipasti etc. bis hin zur klassischen deutschen Brotzeit. Es ist wirklich ganz, ganz großartig, ein Wein, der mir sehr am Herzen liegt. Leute, ich glaube, euer Herz wird er auch erobern. In diesem Sinne, viel Spaß.